eine religion wurde gegründet mensch da können wir mal endlich globen gehen wissen kann man glauben irgendwie habe ich mich jetzt geklickt aber katholizismus das ist ja der falsche glauben ja das ist ja das hat ja dann auch keinen sinn war das hat überhaupt gar keinen sinn also wer so ein glauben hat der soll es alleine glauben ja ich werde angegriffen wie böse und ich sehe nicht mehr einen ach du scheiße ja habe ich mir auch gesagt die kelten sind auch hier im spiel mit drinnen irgendwo habe ich gerade gesehen aber das ist schon nervig dass die kamera immer her und her wandert manchmal war sehr nervig ja ach du kacke ja jetzt wirst du nämlich erobert weißt du ja schon fast eine invasionsarmee muss ich sagen aber ich mache gleich wieder plus wenn die armeen weg sind meine du machst schon wieder minus nein nein vielleicht ein bisschen die du naja ach wir werden das machen wir es einfach mal hier bleibt mal kurz da diese lage sieht kritisch aus ging spannend man in afrika ist was los in afrika sind los aber ich gucke mir gerade das grüne europa oder könnte russland sein da hast du schon anschauen das sind gefunden ja ja genau da bin ich gerade die hatten schön ihre felder da alles war die vögel zwitschern kein krieg alles friedlich die schön hab das jungen jana beim so richtig schön grün und sowas alles ja was ist denn hier los ich wollte die stadt gründen bis sie das eigentlich hat du willst die stadt gründen ja hier hat mein name an auf die trinken gehen warum wir sind gleich und das ist noch viel verbahnen ja bei mir ja auch bei dir können sie auch sein ja 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 und da ist ein weltwunder ja der berg da genau wo ich da ankam waren da auch überall ja ich bin ja mit dem boot unterwegs ach soo mit dem kleinen kuder mit dem kuder ja ja ihr seid ja du nein ihr seid nicht du ach scheiße aber richtig gut ohne daran zu denken dass das wehtun kann so du bist auch fertig kann ich wechseln ich kann euch wechseln das schön ach hier will ich echt in eine siedlung gehen das ist auch blöd ich brauche mehr militär wir können nur militärisch alles regeln ja ja habe ich mir auch gerade gedacht kann so nicht weiter gehen jetzt verliere ich auch noch die kontrolle über brüssel gleich der nächste krieg oh die kässe mich jetzt richtig einladen ja wer denn ja lieber bahn und haben natürlich alle super strategische plätze die einzige wiese in der wüste war das einzige stückchen wiese ja aber ich finde auch durch diese ganzen dlcs und sowas haben die sind die kis hier irgendwie anders ne also auch die barbaren und so irgendwie den habe ich denn jetzt bitte genommen wer läuft denn jetzt nach aaaah und wer läuft ich hasse das mein wie heißen die denn die da bauen ein bautrupp bautrupp der wollte jetzt nach england laufen nach portugel vorbei weißt du ah ja da wäre er dann aber auch ein bisschen gelogen da haben wir reingelaufen und alles nur weil ich mein boot in die hand geben wollte weißt du hmmm also gerade alles recht schwierig hier muss ich sagen ja ich trau hier auch gehen da ist wohl ne einheit von mir weg ach haben die sich tapfer geschlagen haben sie ja ja haben sie kann man nicht anders sagen warum können denn die bogenschützen auf mich schießen aber nicht auf die ja du das sind frage ne ja das ist jetzt eine frage die ich mir stelle irgendwie ja kann nur die angreifen du bleib doch mal da wo der kampf ist und rutsch hier nicht durch die ganze karte ja wie gut die alte kamera ja aber das kann man sich auch ausschalten ne sollte man vielleicht mal machen ja gut ich bewege erstes boot wenn du das möchtest ich bin da ganz flexibel oh die holländer kommen mir zu hilfe die aussehen wie indianer ja das sind die so ja 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 nur greif aber den an und nicht mich aber du hast doch gar kein wildwunder oder ich bin das wildwunder achso so das sieht doch gut aus na was meine ich machen wir das jetzt am intelligentesten was denn immer noch schulden ich habe zurzeit ein goldes zelt alter oh bei mir gibt es keine schulden luftet richtig ja das luftet richtig gut das luftet richtig gut bis auf der krieg hier unten ist alles super da können die andere nicht hin schießen hoffentlich so und dann kann man sich auch mal ein stück machen sie leider hoch noch Nee, nee. Darum geht's ja. Die versperren mir gerade da den Weg, wo ich meine Stadt hinbauen möchte. Mann, 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 Mann. Also normalerweise würde ich sagen, geht sowas nicht. Jetzt stellt sich der Indianer dahin, wo ich meine Stadt bauen will, ey. Warum können die denn da rüberschießen? Da habe ich gerade eine Mitteilung bekommen, dass ein Stadtstaat Arabien sucht. Mann, Mann, Mann. Da kannst du mal sehen, wie wichtig wir sind. Aha. Und sucht man schon, wir sind Gesuchte. Ja. Ja. Ja, mach das mal. Hm. Da war da. Da. Jo. Dann kannst du wieder. Mhm. Dann erstmal die ganzen Gegner dran, oder? Ah ja. Ich bin noch gar nicht da. Hatte ich schon mal gesagt, dass ich mich ganz schön abgeschlagen fühle? Na ja, jetzt baust du ja deine 20. Stadt schon wieder, weißt du? Und dann... Ah, guck, jetzt sind wir im Krieg. Ja, wir hier in Afrika vermehren uns ein bisschen schneller. Ja. Was macht ihr, ja? Ja, ja, da können wir gerne. Also in Schottland sind Barbaren, kann ich dir sagen. Schottland sind Barbaren. Falls du da hoch willst, da sind die Schotten. Ich so nicht. Nee. Nee, nee, nee. Nee, willst du nicht, ja? Nee, nee. Na, hätte ja sein können. Ja, könnte man immer denken, aber... Ach, mein goldenes Zeitalter endet schon wieder. Und dann lässt du wieder viel verschuldet. Ja, gleich das ganze Geld weg, zack. Ja. Ja. Das kann bei deiner Marktführung durchaus passieren, ne? Ja, du kannst schnell gehen. Ja, jetzt haben wir aber den Krieg hier gewonnen. Ohne eine Einheit zu verlieren. Ohne eine Einheit zu verlieren. Das hab ich ja schon nicht gedacht. Alles so teuer hier. Ja, kostet alles richtig Geld. Aber du, das geht mir nicht anders. Ähm... Geht mir nicht anders, ne? Wenn du das bedenkst, bei mir ist das alles billiger oder so? Nee, nee. Na, bestimmt. Passt jetzt irgendwie genauso viel. Weiß ja nicht mal, welche Währung du hast. Ähm... Hallo. Gold. Ah, ja. Gold. Gold. Naja, ich hab Gold. Und du? Ja, Edelsteine. Achso. Ja, nee. Damit können wir dann gar nicht mehr machen. Nee, das geht ja nicht, wa? Wann, 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 wann. Ja, kannst du auch mit Markern, wann, 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 wann? Bring nicht, ha? Nee. Vielen Dank.